Hey Leute, immer noch im Urlaub. Willkommen auf dem 2 Kanal. Heute gibt es nochmal Staglands. Und zwar habe ich diesmal den Peaceful Mode ausgestellt. Das bedeutet, es ist krasser Krieg. Ich habe super viel gelernt in dem Game und heute seht ihr quasi, wie ich das Game finische. Wie ich tatsächlich die letzten wichtigen Moves, sage ich mal, in dem Game mache, um das Spiel entsprechend zu beenden. Dauert ein kleines bisschen, hat aber sehr viel Spaß im Stream gemacht. Ich hoffe, euch gefällt es ebenfalls. Und ja, ich bin spart beim Gameplay. So, jetzt geht es los. Now it begins. Das Spiel gestern so gesucht, das ist wirklich gut, ne? Warum ist dein Stuhl immer so tilted, wenn du nicht da bist? Ja, verständlich. Leute. He angry. So, Garten, Garten, Garten. Das wird unser erstes Ziel sein. So brauchen wir auch Soil. Soil, der der Schmoll. Ich hoffe, dass sowas wie ein Stick oder so rauskommt. Ich hoffe, dein Video zu Anno 6. Ich fand es sehr interessant. Wird es weiter angekommen? Ja, ich habe schon Anno aufgenommen. Ich habe quasi jetzt ein Video aufgenommen, wie viel ich bei Anno gelernt habe. Meine Anno Learnings von dem Coaching. Also, die zweite Anno Aufnahme sieht schon hundertmal besser aus. Also, auch so Sachen gebaut entlang des Strandes und so weiter. Na, all diese Klassiker. Dass man halt genauer vorgeht. Oder, das heißt ja genauer, sondern Platz sparender und effizienter. Das ist ganz cool. Also, es macht mega Spaß. Ich überlege, Anno mehr zu machen. Aber wahrscheinlich so Coop-mäßig oder so. Ich glaube, Johnny freut sich da übelste Sorte drauf. Deswegen ist das eigentlich ganz nice. Ich hoffe, dass irgendwann einfach ein Villager irgendwo rauskommt. Ein Villager. So. Oh, what? Da kam eine Carrot raus. Warum? Ich verkaufe die gleich, oder? Carrot. Brauche halt Soil. Das ist das Wichtigste. Soil muss irgendwo drin sein. Garden. Double Stone, Double Wood. Und ein Soil. Weil das als Produktionsgebäude zählt, ne? Schönes Wetter wieder heute. Das tut der Mental Health gut. Ja, ich war gestern auch wieder unterwegs. Gestern Abend war es auch so schön warm. Anno 1800, das schaut sogar meine Freundin. Ja, das Game hat viele gecatcht. Würde ich sagen, off guard. Aber... War es gecatcht? Vielleicht auch ein cooles Game. Also mir hat das mega Spaß gemacht. Aber es wird halt irgendwann super komplex, ne? Wo es eventuell sogar unangenehm wird. Kann das sein? Kommt irgendwann der Moment, wo man das Gefühl hat, jo, das ist jetzt nicht so geil. Weil mir wurde dann gesagt, man muss jetzt schon Städte anders planen, wegen Schienen und Strom und so weiter. Wann bist du denn im Urlaub? Wann bist du denn im Urlaub? Sonntag? Das tue ich mich eventuell schon nicht mehr. Sonntag eventuell schon nicht mehr. So, nur hier gab es Soil, ne? Kann das sein? Da ist Soil. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier den Garten. Garten. Garten first. Rabbit, Wood, Stone, Red. Idea, Key. What? Da, Soil. Aber der hat keinen Soil. Geht so langsam, das Scrollen, ne? Boom. So, Schlüssel ist auch cool. Nur aufwendiger, nicht im nervigen Sinne, wie ich finde. In der Effizienz bis zu viel. Ja, genau. Also, das verstehe ich auch, ja. So, da kam direkt eine Coin raus. Oh, nochmal Soil. Oh, das ist gut. Nochmal Soil ist richtig gut. Wann kriege ich denn meinen zweiten Bewohner? Ich habe auch richtig Bock auf Anno nochmal. Also, wir werden Samstag nochmal spielen. Das auf jeden Fall. Was ist denn der Sinn des Spiels? Ja, das ist ein bisschen weird, ne? Der Sinn des Spiels ist ein ganz kleines bisschen weird. So, aber du musst halt hier möglichst lange überleben. Das ist so der grobe Plan. Möglichst lange leben. Das heißt, wenn einmal der Monat vorbei ist, dann wollen die Menschen, die du hast, essen. Du hast dann später mehr. Und du musst dich quasi auf Karten setzen, damit sie auf diesen Karten arbeiten. Arbeiten! So. Ich überlege, ob ich noch eine Lumbermill baue. Lumbercamp. Three wood, one stone. So. Berry bush. So, noch ein Apple. Aber Gärten finde ich eigentlich gut. Freust du dich wenigstens ein bisschen auf den Urlaub? Tatsächlich ja. Also, auf die Entspannung und so weiter freue ich mich schon sehr. Doch, doch. Das ist nicht negativ. So, feed the Villager. Zack, zack. So, jetzt wird er gefeedet. Und dann geht's weiter. So, aber währenddessen mache ich natürlich so gut ich kann. Ich überlege, ob ich einen Lumbercamp dann baue. Ah, jetzt kommt der zweite Villager. Da ist er. Sehr gut. Und mit dem zweiten Villager kann man schon sehr viel machen. Mit dem zweiten Villager kann man schon super viel machen. Ich glaube, ich mache erst mal einen Lumbercamp, damit ich immer einen habe, der was tut. Der Anfang ist ja ziemlich nice. Warum sollte man sich nicht auf den Urlaub freuen? Ja, bei mir ist immer das Meme ja, dass meine Kinder ja Urlaub machen. Ich habe ja noch eine andere Vorstellung von Urlaub. So. Ja, ich muss auch eine Shed bauen. Ich muss noch eine Shed bauen. Sheddy, Sheddy, Lady. So. Ja, so ein paar Berries kann ich jetzt schon mal verkaufen. Das ist ein Stick. Shed was Stick. Ein Stone, ne? Sheddy einfach einmal alles. So, das heißt, wir brauchen irgendwoher einen Stein. Das ist eher das Problem. Irgendwoher brauchen wir Steine. Oh, das ist ein besonderer Baum. Ist der krass. Können wir den für mehr verkaufen? Ja, ne? So, wieder ein Berry Bush. Flint ist nice. Kann man gut verkaufen. So, wieder ein Berry Bush. Warum so viele Berry Bush? Da ist der Stein. Den brauche ich. So. So, die Apple sind natürlich erstmal finanziell extrem nice, muss ich sagen. Okay, jetzt geht es mir schon ein bisschen zu schnell. Also, Stick. Wood. Stone. Oh, der macht erstmal eine Shed. Weiß nicht, ob er es zeitlich schafft. Ich muss auf jeden Fall hier ein paar Karten loswerden. Machen wir vielleicht mehr Coins noch? Ja, ne? Ja. Einen Garten würde ich auch noch machen wollen. Ich muss bloß aufpassen, dass hier manchmal Gegner auch rauskommt. Nochmal soll. Das ist gut. So. Aber jetzt habe ich halt super viel Essen. Aber ich brauche halt extrem viel Schädnis. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das bis zum nächsten Mond schaffe. Wie es dein Schlaf wird muss. Wäre eigentlich ganz gut. Ich bin aber sehr früh im Bett. Also 22 Uhr aller Gefechts spätestens. Sonst wird es zu tight. So viel Berry Bush ist noch. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt habe ich das mal gegessen. Ich hoffe, dass die Bären essen. Ja. Okay, jetzt muss ich noch ein paar Sachen verkaufen. Sieben Karten aber zu viel. Sieben zu viel. Wir machen auf jeden Fall die Büsche weg. Büsche auf jeden Fall weg. Den Apple wahrscheinlich nochmal weg. Soi Berries. Okay. Wunderbar. Jetzt haben wir wieder eine Shed. Na, die Shed kam ein bisschen zu spät. Sonst hätten wir das jetzt alles behalten können. So. Dann machen wir hier noch einen Stick. Jetzt brauchen wir auch Häuser. Wir müssen jetzt sehr viele Babys machen. Aber Babys machen geht in dem Spiel sehr schnell, Gott sei Dank. Zwei Wood, ein Stone. Okay, den Stone kriegen wir hier. So. Wunderbar. Also bisher kam da noch kein Gegner raus. Tatsächlich. Da bin ich sehr dankbar. So. Der joinkt da gleich dahin. So. Wir haben jetzt noch eine Shed. Das ist schon mal gut. Das ist quasi mehr Platz für Karten. Sehr nice. Ja, warte mal. Das machen wir weg. Ich glaube, hier kommt jetzt ein Apfel raus. Appels sind am Anfang ganz nice. Freust du dich schon auf die psychische Überforderung? Ja, ich ziehe es durch. Ich ziehe es durch. Leon war super lieb. Der hat mir geschrieben, dass ich das nicht machen muss. Ich habe mir auf Twitter gleich geschrieben. Hey Maxim. Musst dich da nicht durchqueren. Das ist alles gut. Das nimmt dir keiner übel. Das ist sehr, sehr lovely. So. Ich habe schon mal eine Onion. Ist nicht schlecht. So. Das mit dem Haus geht auch relativ schnell. Zack. Ich glaube, ich lasse einfach immer ein Haus produzieren. Das ist so mein Plan. Ein Haus produziert einfach die ganze Zeit. Und Gärten halt auch. Und mehr Stoffs. Wir brauchen deutlich mehr Stoffs, Leute. Damit ich hier das Essen gleich verglühen kann. Das heißt, wir brauchen dann irgendwann Iron. Aber dazu brauchen wir, glaube ich, Explorer. Explorer war richtig gut. Aber bis dahin müssen wir noch, glaube ich, 1000 Häuser bauen und so. Dazu brauchen wir super viel Wood. Für Wood brauchen wir super viel Lumber Mills. Wie will er dich denn auch aufzwingen? Nee, aufzwingen nicht so. Aber es war sehr... Also das war halt sehr verständnisvoll, gar nichts zu machen. So. Ich will ja gar nichts machen. Ist ja nochmal eine Steigerung sofort. Stick. Brauchen wir noch einen Stick? Für eine Shed brauche ich einen Stick. Ist ja die Frage, ob ich noch eine Shed mache. Machen wir noch eine Shed? Wahrscheinlich erst mal ja. Ich glaube, nahrungsmäßig bin ich ja richtig gut. Nährung. Nährung, mehrung. So. Okay. Das heißt, wir machen jetzt hier was Neues. Okay. Dann erst mal feeden. So. Okay. Alle Humans sind gefeedet. Boom. Ich glaube, wir müssen Exploration auf jeden Fall machen. Aber erst mal nochmal Seeking Wisdom. weil wir müssen ganz schnell wir müssen halt noch die Camps machen. Das ist wichtig. Lumber Camp und so. Damit die durchgehend was zu tun haben. Das ist jetzt schon sehr wichtig. Ich glaube, hier ist ein Gegner drin. Ich bin mir sehr sicher, dass da eiskalt ein Gegner drin ist. Naja. So. So. Machen wir es mal das. Ne Query machen wir wahrscheinlich auch. So. Ne Query machen wir wahrscheinlich auch. Was macht das Zoll? Das Zoll macht einen Garten. Deine Farm. Aber Farm kann ich glaube ich nicht. Farm ist quasi eine bessere Variante. Da brauche ich Bricks und Planks. Da brauche ich halt richtig viel. So. Oh, es war doch keine Rate drin. Ist ja geil. So. Genau. So. Als nächstes würde ich dann schon einen Lumber Camp machen wollen. Äh, einen Dings. Die machen ja sofort, die machen ja sofort das nächste Baby. Das ist ja das Richtige. So. Berries and Apples. Kommen wir auch mal. Und ich würde auf jeden Fall exploren. Exploren ist mega gut. Exploren ist OP, Leute. Wunderbar. Du kannst gleich mal den Apple Tree machen. Wenn die hier fertig sind, dem aktuellen, dann können die auch gehen. Ja, wir brauchen halt richtig viele Coins. Aber wir dürfen das Essen halt nicht vernachlässigen. Also. So. Ab ins Haus. Ab ins Haus. Du machst dann... Machst dann das hier. Ich glaube, eins von denen ist immer genug so. Weil später über diese Explorer-Sachen habe ich bemerkt, hat man so viel... So viel Material. Das ist richtig illegal. Man kann Soy und Berries auch so kombinieren. Das Soy verschwindet dann noch nicht. Soil und Berries? Ach, nur Berries, meinst du? Uh. So, die sind fertig. Na, jetzt snowball das, ne? Jetzt merkt man das schon. Dass jetzt langsam... Essen ein wichtiges Thema wird. Ich glaube, wir machen das doch nicht so. Ich glaube, wir machen jetzt hier so schnell wie es geht das nächste. Sticks immer verkaufen. Ich glaube, ich mache auf jeden Fall noch einen Garten. Der Garten muss auf jeden Fall funktionieren. Das ist halt wirklich wichtig. Garten, Garten, Garten. So, seht ihr, jetzt haben wir schon mal einen, der nichts machen kann. Das ist super kacke. So. Okay, so, dann machen wir das. Query mit dem Stone, ist auch crazy. So, und Explorer ist halt manchmal sind da so feste Orte da. Feste Orte sind halt übel nice. So, wenn der das Lampencamp durch hat. Machen wir so. Dann wird erstmal noch eine... noch einen Garten haben. Aber das Zeug und Berries war ja übel langsam. Na, das muss man jetzt mal so sagen. Die Geschwindigkeit war da schon ein Problem. Die fehlende Geschwindigkeit. Guten Morgen. Sound Cloud. Na, dein Kaffee ist auch schon gut am Füllen. So, noch ein Apple. Aber das ist ganz lustig, weil da noch so ein paar Sticks dazukommen, ne? So, ein zweites Haus brauchen wir nicht, aber eine Shed eventuell. Das ist kacke, ne? Dass der hier nichts machen kann, ist richtig shit. Ich könnte halt so machen, ne? So. Oh, da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf drin. Ich glaube, ich habe noch nie einen Wolf gesehen. Mache ich dir ein Spear? Greift er den direkt an? To Sticks. Greift er die direkt an? Oh mein Gott, ich dachte, ich snowballe. Kill him. Tut's für die Kinder. Oh, wir haben Old Village gekriegt. Wolf. Alter. Alter, ich habe richtig Panik geschoben. Das war ja Hyperpanik. Also zu Recht auch. Warte. Kann ich hier noch eine Shed machen? machen wir noch eine? Machen wir noch eine? Okay. Also Explore, sehr gefährlich. So, du machst gleich das nächste Kind. Mit dem hier. Wir machen mal one child at a time. Leute, da kam ein Wolf raus. Wäre nicht eine Waffe angebracht. Ja, man kann Spears und so machen. Dann sind die besser im Fighten. Aber langsamer am Arbeiten. Oh! Da kam ein Goblin raus. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht glücklich. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Da muss ich ja hier... Da kann ich hier auch Türme bauen. Aber bei dem brauche ich für den Stove, ne? Ja, ich muss schon auf Flint aufpassen. Ich brauche halt hier andere Sachen. Milk, Potato. Ich brauche halt Eisen. Iron. Hier drin ist auch kein Iron. Aber der hat Milk. Milk ist gut. Die kann ich mit Berries kombinieren. So, hier ist auch der Stone. Sticks, 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 Sticks. Noch für eine Shed, ne? So, eine Shed machen wir noch. Wen kann man verkaufen? Okay. Ja, ich würde noch einen Berry Bush machen wollen, bevor ich hier die Milk verbrauche. Die Äpfel sind ja ganz cool, weil sie noch so Dings bringen, ne? Die Äpfel sind irgendwie ganz cool. Die Apple Trees sind jetzt auch nicht bad. Da, Chest. Los geht's. Geil, Poop. Geil, Poop. Einfach Poop, Leute. Aber noch eine extra Berry. Das ist auch nicht schlecht. Wir müssen trotzdem Exploration machen, Leute. Exploration ist einfach OP, weil aus dem Village kommen halt Sachen aus. So, alle haben was zu tun, ja. Den Milchschick macht halt überhaupt nicht satt. Aber den kann man gut verkaufen. Aber Logic. Vielleicht Logic. Komm da. Rock. Berry Bush. Plank. Oh, genau. Logic. Logic müssen wir auch machen. Müssen Logik kaufen. So, Flint müssen wir auch behalten. Oh, da kamen ganze Planks raus. Das ist natürlich übel geil. Ganze Planks ist super geil. Das brauchen wir später extrem viel. Und wir können dann ein Warenhaus bauen. Ein Warenhaus ist komplett OP. One Iron Bar, one Stone. Aber da brauchen wir erstmal auch einen Smelter und so weiter. So, da ist der Smelter. Zwei Flints, zwei Bricks. Ja, ich muss auf jeden Fall Bricks. Und dann Brick Yard. One Brick, one Iron. Ja, ich brauche super viel. Also irgendwoher muss ich halt Iron bekommen. So, Wood Stone. So. So, der arbeitet sich durch die Bäume durch. Das ist eigentlich schon ziemlich nice. So, zack, zack. Der sich so durch die Bäume durcharbeiten, ist echt gut. So, dann machen wir noch eine Shed. Wir machen jetzt mal eine kleine Shedung. Der macht hier nur Apple Trees die ganze Zeit. Das ist eigentlich ziemlich nice. Genau, Flint brauchen wir auch. Was nehmen wir denn als nächstes? Eigentlich brauchen wir den Smelter als nächstes. Na, da brauchen wir halt doch den Smelter. Zwei Flints. Dann Bricks. Zwei Bricks, ne? Und noch eine Plank? Ne. Doch, auch noch ein Plank. Fuck, man. Ja, den Smelter brauchen wir auf jeden Fall schon. Weil irgendwann kommt halt erst das Eisen. Und dann ist es GG. Es ist GG, wenn man es scheiße ist. And we don't wanna be shit. So, das Baby ist auch gleich fertig. Du kannst sofort weitermachen. So, und zwar mit dem hier. So, Stick. Brauchen wir einen Stick hier? Ne. Wunderbar. So, wir können jetzt nochmal Logic machen. Machen wir nochmal Logic? So, boom. Berry Bush. Okay. Noch eine Shed. Das habe ich sehr gut gemacht. So, der macht Bricks. Na, ich brauche jetzt nochmal Bricks. Ich habe Angst, die Packung zu öffnen. Diesmal mit Kämpfe. Ja, leider. Ich habe einfach Exploration gekauft. Aus dem Village kam einfach ein fucking Goblin, Mann. Ein Goblin. You're kidding me. Ein Goblin. So. Sehr gut. Ein Haus finde ich irgendwie total fein. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit nur ein Haus. Ist richtig gut. Sonst Lumber Camp, glaube ich. Aber ne, wir machen die Tree. Tree, dann war es schneller. Tree is fast as fuck. So, wenn der mit den Bricks fertig ist, Leute. Der mit den Bricks fertig ist. Dann geht es richtig los. Machen wir da den Smelter. Und dann brauchen wir noch den Stove. Den Stove. Ne, wir brauchen jetzt mal die Iron Bars. Wir brauchen jetzt mal eine super gute Iron Bar Produktion. Das ist das Wichtigste. Hier, siehst du? Das hier. Dann kann ich nämlich nichts machen. Okay. Dann Wood. Mal zwei Wood, zwei Stone. Zwei Wood, zwei Stone. Dann brauchen wir nochmal Soil. Zwei Wood, zwei Stone. Okay, da kommt nochmal ein Rock raus. Das ist auch in Ordnung. Okay, also zwei Wood, zwei Stone. Und jetzt nochmal. Oh fuck, was ist das? Ein Slime. Attack. Kill him. Kill him. Leute, es ist unangenehm. Ganz unangenehm. 48. Ich habe 48 Karten. Ja, weil ich es jetzt abbrechen musste. Ich musste das abbrechen. Wenn die Karten ja nicht verschwinden, ist das GG. Ja, das ist scheiße. Gärten sind auch leer, ja. Ah, ich habe noch vier Karten. Na, das ist doch geil. Nur vier ist total in Ordnung. Ja, die Onion scheißen erstmal drauf. Barrierlich behalten. Barrierlich behalten. Das Egg. Kann man essen, ne? Ja, wir hauen jetzt einmal Wood weg. Ja, das ist ärgerlich. Also so ein Kampf. Ich glaube, ich hätte den Smelter-Typ nicht in den Kampf schicken sollen. Das Bären-Effel kann man Salat machen. Uh. So, da ist der Smelter. Der Smelter ist super wichtig. So, jetzt machen wir noch eine Shed. So, was ist das hier? Das ist ein Soil-Waiting-Room, ne? Brauchen wir nochmal Soil, Mann. Scheiße. So. Diese Trees. Das ist zwar nett gemeint, aber es ist nicht gut. Ups. So. Hier ist noch Holz rein zu tun. So. Okay. Ah, das ist Kacke. Wir brauchen jetzt halt für die großen Gebäude brauchen wir immer eine Iron Bar. Aber leider brauchen wir halt Soil für die Kleinen. Wenn da keine Soil rauskommt, dann ist das leider eine Tragik. Wenn das No-Soil-For-You-Gaming ist, ist das leider terrible. So, das ist schon mal eine Iron Bar. Das ist sehr gut. So, hier machen wir noch eine Shed, würde ich sagen. Hier machen wir einen Salat. So. Da ist die Soil, endlich. Und noch einen Garten. Und noch einen Garten. Gut. Gartenhammer. Der Market war sehr interessant, weil da konnte man Dinge sehr gut verkaufen. Aber wir brauchen erstmal den Brick Yard. One Brick, one Iron Bar. One Wood. Brick haben wir hier. Daraus machen wir jetzt einen Brick. Und one Wood. Das ist der Plan. Ja, genau. Und Iron Bar plus... Also, sobald wir dann... Großes Lager ist auch OP. Großes Lager ist absolut broken. Ist das korrekt? Großes Lager ist gigafucking broken. So. Okay. So, noch eine Shed. Du machst jetzt eine Brick. Ja. Top 1. Fruchtsalat. Aber der macht ja auch gut satt, tatsächlich. Mit dem Fruchtsalat machen wir ja... Ach nee, wir machen nicht plus, ne? Recht. Fruchtsalat macht nicht plus. So. Der macht jetzt die ganze Zeit Apple Trees. So, jetzt haben wir hier noch einen Brick. Ah, ist egal. So, das heißt, wir machen da den Brick Yard. Korps. Das ist nicht gut. Aber zwei Korps sind ein Human. Leute, zwei Korps sind ein Human. That's very good. So. Uh, nochmal Soil. Das ist gut. Ich weiß nicht, warum ich den Brick jetzt da gemacht habe. Aber den Brick werde ich sowieso noch brauchen, ne? Brick brauchen wir wahrscheinlich auch für den Stove. Ja, one Brick, one Iron Bar, one Flint. Okay, den Brick muss man hier behalten. So, Brick Yard, fantastisch. So, dann machen wir hier den, den Typen hier. Brick, one Stone. Und Iron Bar. Ja, Iron Bar wird auf jeden Fall kompliziert. Iron Bar wird super kompliziert. Das ist ein Korps in einem Graveyard. Ne, wie war, wie konnte man ein Human machen? Man konnte da irgendwie ein, konnte man nicht sogar ein Human machen? Oder so? Nee. So, Food haben wir genug. Garden, noch ein Garden. So, wir müssen auf jeden Fall Exploration nochmal machen. Aber Exploration ist halt super fucking gefährlich, ne? Ich sehe, war Exploration einfach der Tod. So, guck mal. So, haben wir irgendwas Großes gerade? Nee, ne? So, okay. Wieder ein Schleim. Alle auf den Schleim. So. Okay. Ja, das mit dem Kämpfen ist schon lustig. Glaube ich, eine lustige Abwechslung. Was ist denn da? Ist der Mountain. Mountain ist super gut. Mountain ist einfach just, just good. So, lasst du doch ein Human. Okay. Bam. Sehr gut. Ich mache erst mal eine Waffe. Ja, das Ding ist, die Waffe, die ist cool. Aber das macht den Arbeiter halt übel langsam. Der Arbeiter ist halt wirklich extrem langsam dadurch. Und ich kann den nicht wieder, ich weiß nicht, vielleicht geht's auch, aber ich glaube, ich kann den nicht wieder zu einem normalen Typen machen. Das ist so mein Problem. So, was sollen wir machen? Stove. Iron Bar, genau. Wir brauchen hier Iron Bar. Iron Bar kriegen wir aus dem Bergwerk. Aber eine Mine, kann ich schon eine Mine bauen? Eine Mine ist eigentlich eine gute Idee. So, okay. So, no corpse for you. Oh. Was ist denn eine Travelling-Card? Das ist ja geil. Lul. Was ist aber ein Lucky Pick? Das ist doch ein Lucky Pick jetzt gewesen, oder? War das ein Lucky Pick? Garten leergefressen. Ja, ja, der Apfel-Typ ist ja hier schon am Machen. Der macht ja hier nur Äpfel. Das ist der einzige Job. So. Du hast einen Job. Just make apples. An Appletini. Aber das mit den... Oh my God, Goblin. Alle rauf. Bist du, die normalen Villager sind echt gut. Aber es ist halt normal, dass jetzt alles auch durcheinander kommt dadurch, Leute. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das hier gut kontrollieren kann dauerhaft. Ich mache mir auch eine Mine. Für Ohr. Wollen wir zweimal Flint. Einmal Wood, einmal Stone. Das ist doch geil. Einmal Wood, einmal Stone. Auch mal Flint. So, auch eine Mine, damit da auf jeden Fall das Ohr fließt. So, und hier kommen jetzt hier halt super viele Apples raus, ne? Also Apples, habe ich das Gefühl, ist schon eine geile Methode. Weil der Tree ist so schnell geschmückt. Die müssen langsam ein besseres Essen. Naja, später gibt es dann, gibt es schon ein besseres Essen, ja. Aber Äpfel sind ganz gut eigentlich. Äpfel sind auf jeden Fall nicht terrible. So. Das ist halt genau ein Apfel pro Person. Dann sind die halt satt. Finde ich jetzt schon ganz nice. So, wir wollten ja was mit dem Brick machen. Was wollte ich mit dem Brick machen? Immer noch ein Stove, ne? So, das Travelling-Ding finde ich geil. Bitter und irgendwann haben wir auch äpfelmäßig genug. So, ab nach Moria. So, in der Bar, Apple Tree. Und an Apple. Katakomben! Das hatten wir beim letzten Mal nicht. Katakomben hatten wir beim letzten Mal nicht. Das tun wir mir einen, der nur für Trees verantwortlich ist. Tree only. Tree your mind. So. Okay, Flint war wichtig, ne? Was wollte ich jetzt machen? Schmelter, genau. Ne, ist doof. One Flint, one Brick, one Iron Bar. Okay, der wartet jetzt hier nur auf die Iron Bar. Wir müssen uns jetzt auch, glaube ich, gleich wieder nochmal einen Stick machen, glaube ich. Ich meine, außer der Mountain-Typ, äh, der Minen-Typ, bringt jetzt hier jedes Mal das Richtige raus. So, one wood, one stone. Okay. Das war konsistent. Das war sehr angenehm. Das ist Mad Evil Dynasty für Arme. Mad Evil Dynasty? Das habe ich mal vor 100 Jahren gespielt. Die haben da hoffentlich irgendwas geändert dran, an dem Game, oder? Oh! Eine Giant Rat! Halt herauf. Iron Bar. Na, Iron Bar und Stone war es, ne? Iron Bar und Stone? Und dann, wo ist der mit den Bricks? Raw Meat. Okay. Wo ist der mit den Bricks? Ich wollte doch Stove machen. One brick, one flint. Ist das zerstört worden? Ist es schon fertig und ich sehe es nicht? Ach da, wie ist es da hochgekommen? Okay. So, noch mehr Apple Trees. Okay. Ja, ich mache hier auf jeden Fall... Also, jedes Stück Eisen muss auf jeden Fall hier sofort verbirnt werden. Katakombs. Da wird es wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur Gegner geben, oder? Wie ist es mit den Katakombs, Leute? So, Warenhaus. Oh, das Feld hat sich erweitert. Kann das sein? Hat sich das Feld ein bisschen erweitert? Das sah so aus, oder? Zu viel Ordnung. Ist es zu viel Ordnung, Leute? Ist das jetzt schon too much? Ja, das ist doof. Das ist das Warenhaus. Das Baby ist auch fest, 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 fest fertig. Oh, der Händler ist weg. Der Händler ist weg. Wollte den gerade noch tauschen? Scheiße. Ja, der Garten ist leer, aber... Da muss ich jetzt erstmal hier auf den Apple warten. So, der Mean-Typ. Ja, der Mean-Typ macht nicht immer das Richtige, ne? Der Mean-Typ macht tatsächlich nicht immer das Richtige. Was habe ich denn noch alles? Oh, shit. Wieder ein Goblin. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Ne Map. Und Poop. Use a map to turn a villager into an explorer. Iron Departel ist gut. Okay, müssen wir aber erstmal ein Baby machen. Also noch eins. Zack, ihr macht jetzt gleich noch eins. Das geht ja schnell. Ihr wisst doch, wie es ist mit den Babys. Das geht doch schnell. So. Sehr geil, Leute. Explorer geht fix an den Katakombs. Das ist doch geil. Wenn es so Spezialisierung gibt, ist es voll nice. Spezialisierung. Feiere ich. So, manchmal kommt da direkt eine Coin raus. Okay. Interesting. Fruchtsalat. Na, Fruchtsalat ist ein Verkaufungsding. Aber wir lassen den erstmal noch liegen. Da haben wir jetzt wieder den und die Map. Ich finde die Äpfeltaktik bisher eigentlich ziemlich nice. Warte mal, das ist ein fertiger Iron Bar. Was wollte ich mit dem machen? Eigentlich wieder ein Lager, ne? Eigentlich immer ein Lager, Leute. So. Boom. Very fast at exploring location, but slightly slower in other tasks. Okay, machen wir den hier raus. Und ihr sagt hier. Aber der kann dann wahrscheinlich auch in Mountains und den anderen doch auch, oder? Explorer kann doch in allen dann, die hier drin sind. In all denen hier, oder? Exploring. Das ist doch immer Exploring. So. So, aber die Sachen hier sind natürlich super random. Ich muss sagen, mit den Apple Trees komme ich gut klar. Ich habe da noch ein paar Sticks. Dann quasi automatisch nie wieder ein Stickmangel. Oder nicht? Ist das nicht gut? Oh! Schleim. Schleim, 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 Schleim. Bam, 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 Bam. Bam, Bam, Bam. Bam, Bam, Bam. Bei uns kämpft immer das ganze Dorf. Schlüssel. Sword. Einfach so. Wunderbar. Okay, Eggs können wir in den Stove packen. Ach, das weiß ich. Okay, Boom. Nee, Boom. Aber Katakomben findet ihr irgendwann... Also Katakomben höre ich dann quasi auf, oder wie? Hör ich mir in den Katakomben irgendwann auf? Weil er ist einfach zu gefährlich. Oder? Wenn das Ding durch ist, dann höre ich auf damit. Was ist das, Swordsman? Way better at fighting. Ja, das ist geil. Das war auch die Idee. So, da haben wir das Warnhaus. Das haben wir schon mal sehr gut gemacht. Das heißt, du machst hier auch noch ein Warnhaus. Okay, Boom. So, Stone ist auch durch. Nee, Mine brauchen wir noch. Mine war wichtig. Mine ist very important. So, ein Omdelalette. Ein Omelette. Die Onion behalte ich erst mal. Gärten. Ganz wichtig. Danke. Ah, was ist das? Skeletten. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Der hat den Explorer getötet. Leute, nein. Ich habe einen verloren. Der hat den gewoneshottet. Warum? Why you one shot? Das ist doch kacke. Er hat nur zwei Leben. Ja. Nur eins anscheinend. Ist noch eine Berry? Das kann ich mit der Milch noch mal. Oh, das ärgert mich jetzt richtig doll. Weil der Graveyard, da kommen ja auch nur Gegner, oder? Leute, ihr wisst doch, wie es ist. Muss ich noch ein Haus bauen, wenn ich jetzt so schnell verliere? Ja, ne? Stimmt noch ein Haus bauen. Besser alle Villager mit Waffen versorgen. Ist das wirklich besser? Was ist das? Strange portal. Are you kidding me? To stick. So kommt denn da ein Portal? Ach so, das macht sich selbst. Ist ja geil. So ein Stick. Ey, das ist doch scheiße, Leute. Ist ja viel zu anstrengend. Ist doch jetzt schon maßlos überfordert. Mann, das ist kacke. Jetzt kommen da nicht die Leute raus. Strange portal. Leute, das gefällt mir gar nicht. Also wirklich null. Ja, der war jetzt schon weit, ne? Aber ist mit Zeit und Kehr. Ja. Old Village. Ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall Häuser. Richtig viele. Brauche auf jeden Fall eine Menge Häuser, Bruder. Leute, das ist nicht gut. So, das ist wieder ein Stick. Da ist Wood. So. Das mit dem normalen Haus nochmal. Der hat den Stone da draufgeschmissen. Was ist das? Mysterious Artefacts. Jetzt Schluss. Stimmt's? Verkaufe ich die Katakomben jetzt? Leute, verkaufe ich die Katakomben jetzt? Ich verkaufe ich die Katakomben jetzt, oder? Weg mit dem Shit. Was ist denn noch größer? Ich krieg hier wirklich viel Platz. Finde ich sehr nett. Voll nett. So. Ich finde meine Apfeltaktik total gut. Leute, Apfeltaktik ist mega gut. Lässt mir auch nichts einreden. Apfeltaktik, just amazing. Apfeltaktik, just amazing. Ich hab hier noch einen Garten, ne? Geil. Ich glaub, ich brauch aber keinen Garten mehr. Habt ihr das Gefühl, ich brauch noch einen Garten? Ich mein, ich könnte auch eine Farm machen, ne? Aber Farm brauch... Bricks und Planks. Bricks und Planks. Könnt ihr ja nicht machen, ne? Ich hab noch keine Samen, ey. Das ist das Problem. One Plank, one Wood, one Stone, one Iron Bar. Ja, brauchst du wieder Iron Bars, ne? Iron Bars sind so ein bisschen schwierig. Okay. Katakombs. Wait. Aus dem Graveyard? Brauchst du den Graveyard noch? Da kam gerade eine Katakombe raus. Du brauchst gar keine Lilanen mehr. Außer du willst noch den Hund. Wo find ich denn den Hund? Ich mein, der Mountain gibt ja auch ein paar gute Sachen. Aber die Mine ist wahrscheinlich einfach der bessere Mountain, oder? Kann das sein? Ist die Mine der bessere Mountain? Das ist super, super. So, warte mal. Wollen wir mal eine Farm? Warum brauchen wir eine Farm eigentlich? Ich hab das Gefühl, ich hab genug Essen, Leute. Also, wir brauchen ein Tempel, ne? Tempel brauchen wir und eine Sammel, damit es hier besser geht. Da brauchen wir auch eine Plank. Plank, one Wood, one Stone. Ja. So, da brauchen wir Planks. Das heißt, wir brauchen Wood. Wood produzieren wir tatsächlich sehr langsam. Unsere Wood-Produktion ist wirklich hyperlangsam. Okay. Wir brauchen halt super viel Wood. Also lächerlich viel Wood. Ja, ich würde schon eine Sammel erstmal machen, oder? Sammel lohnt sich. So, nochmal Brick. Also, unsere Bricks funktionieren sehr gut. Nahrung ist auch absolut easy. Der Garten ist halt vollkommen übertrieben, Leute. Der Garten ist broken. So. Acht Karten verkaufen. So. 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 Drei Stück. Und für den brauchen wir auch nicht. Oh, ne Berry. So. Okay. Okay. Also wir brauchen Sammel, ne? Sammel. Sammel brauchen wir eine Plank. Gehen wir mal die Plank. Dann nochmal Wood. So. Wir brauchen bestimmt noch Iron Bar, ne? Ja, genau. Iron Bar haben wir. So. Und dann nochmal Wood. Brauchen wir für den Tempel Iron Bar? Ja, auch drei Stück. Dann drauf. Wir haben auch noch ein Warenhaus. Einfach nur aus Spaß. Wo kriege ich denn den Hund her, Leute? Können wir das sagen? Ich bin gleich wieder da. Hüpfel sind nur ziemlich einseitig. Na, manchmal gibt es auch einen Stew. Stew. Sometimes. Oh, fuck me dead in my butt. Ah, ne. Das war aber der Schwerttyp, ne? Oh. 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 So. Hey. So. One Plank, one Wood, one Stone. One Schammel. Okay. Hund ist gleich Wolf plus Knochen. Ich brauche so Knochen. Knochen sagt ja. Ich gehe jetzt mal Kaffee holen. Wie Sky feeder. Okay. Wie ist das? 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 So, also Ich habe vorhin aus dem Explorer Pack habe ich auch einen Wolf bekommen. Kann ich mir auch Explorer Packs kaufen? Leute, ist das auch eine legitime Strategie? Nein, nur 30 gibt es Bier. Korrekt. Korrekt. So. Alter, du willst mich verarschen oder willst mich umbringen? Dieser Stuhl nimmt einfach so gerne diese Kabel in den Beschuss. So. Ist das gut? Wunderbar. Also. Geht los. Es geht los. Konzentrieren Sie sich. Konzentrieren Sie sich nur auf mich. Und auf die Pause. So. Also, wir haben jetzt mal eine Menge Apple Trees. Habt ihr das Gefühl, dass wir genug Apple Trees eigentlich haben? Leute, gibt es da gibt es da verschiedene Meinungen überhaupt? So, ich kaufe jetzt das, oder? Ich kaufe jetzt Sachen. So, noch eine Iron Bar. Ah, ein Bär! Ein Bär! Schaffen die das? Ah, die machen die ja fertig. Raw Meat. Ab in den Stove. Also hier, warte mal, aus dem Graveyard kann keiner rauskommen, sagt man. Also Graveyard machen wir aber nicht mehr. Aus dem Graveyard kann keiner rauskommen. Ah, ich kann ja Obstsalat machen, ne? Ja, stimmt. Good point. So, warte mal. Saumel. So, Saumel ist da. Jetzt brauchen wir Wood. Jetzt hab ich natürlich nur ein Lumber Camp, ne? Leute, ich hab nur ein Lumber Camp. Ja, ich brauch jetzt mal einen Knochen, aber Knochen krieg ich ja von Tieren, na, wenn ich die töte. Also bisher hab ich das Gefühl, dass aus Explore die meisten Gegner rauskommen. Kann man das so sagen? Explore ist gleich Animal Kingdom. Ja, aus dem... Ne, ich meine hier aus. Ich kann das auch kaufen. Ich kann mir ja auch Stress kaufen. Ich meine, wozu brauchst du denn sonst Coins? Seht ihr? Skeleton. So. Also, Swordsman drauf. Durch. Komm mal, wenn du eine Coin raus. Da hätte jetzt ein Knochen kommen können, oder? Sei doch mal ehrlich. Da hätte jetzt ein Knochen rauskommen können. Kann man zwei Leute auf den Lumber Camp schicken? Weiß ich nicht. Kann man? Can I? Ist das gut? Das ist ein Rabbit. Rabbit, 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 Rabbit. Ich mach hier mal Mountains weg. Komm, kann der... Wolf kann nicht aus den Mountains kommen, oder? Kann der Wolf aus... Wolf aus den Mountains kommen? Horse Plains Cutter Comes. Ja, also weg. Ich bin einfach zu... zu nervig. Aber ich will jetzt... Ich muss jetzt... Ich will jetzt lieber Packs kaufen. Weil ich das Gefühl, mit Packs ist auch viel Stress drin. Die guten alten Stress Packs. Los geht's. Bär! Bär, 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 Bär. Bär, Bär. Vielleicht sollte ich das anders machen. Vielleicht sollte ich das so machen. Bär, Bär, Bär. Bär, 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 Bämm. Bär, 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 Bär. I have a Bone. Ich habe einen bone. So. Gut. Kann man heilen? Oh, das weiß ich nicht. Alter, da kommen jetzt wieder auf 5000 Bäume raus. Look at my apple trees. Look at my apple kingdom. Leute. Habt ihr schon mal so viele Apples gesehen? Look at all those apples. So, nächstes Pack. Pack opening. Das Swordsman wollen wir doch ein paar Leute töten. Eine Ratte. Bam, noch ein Bone. Ein Sicherheitsbone, falls der erste verkackt. Old Village, brauch ich nicht. Er ist ein Sicherheitsbone. Safety Bone. So, uh, wir können ein bisschen pimpern. Pimpernickel. So, die Frage ist, brauchen wir jetzt noch eine Pimperitis? Wahrscheinlich schon, ne? Doch. Wir brauchen halt vor allem jemanden in der Mine. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen jemanden in der Mine. Eine Mine. Sie nennen es eine Mine. Die haben gerade gegessen beim Akt. Leute. Habt ihr schon mal beim Akt etwas gegessen? Und wenn ja, wie hat sich das angefühlt? So, Plank, Plank, Plank. Iron, Iron, Iron. Five too many cards. Ja, dann können wir ein paar Eiffel lohnen, ja? So. Drei Villager brauch ich dafür. Was hab ich gemacht? Was hab ich verkauft? Ich hab ein Warenhaus verkauft. Report. 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 Anrufen. Anzeigen. Na, Anzeige. Gefährdung, Gefährdung. Hier wurde jemand gefährdet. Das ist eine Gefährdung. So, ohne Eisenquelle. Wie ohne Eisenquelle? Zeig dir gleich eine Eisenquelle. So, Villager brauch ich auch nicht mehr. Ich kauf das jetzt ein, Leute. Wir machen das jetzt über das Portemonnaie. Ich hab hier zwei Soldiers. Ich kauf mir jetzt ein. Wo gibt's denn hier besonders viel Eisen? Hier. Da. Brauchen Logic. Gib mir die Logic, Junge. Mal zwei Logic-Packs. Einfach so. Aus dem Nichts. Machst du noch ein Kind? So, es geht los. Oh. Oh. Okay. Das war eine Stand. Eine Stand. Ah, wir haben immer noch die Forest und die Plains. We have still the Forest and the Plains. And the Lagerhouses. The Lagerhouses. Da ist ein Villager zu wenig, ne? So. Alter, die Bäume hat sofort zusammengezogen. So. Okay, wir machen noch ein bisschen Essen. Einfach vor den Lulz. So. Vor den Lulz. Hab das schon mal gelullt? Ist das schon mal in den Sinn gekommen, zu lullen? Ja, der da ist... Scheiße, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir haben's gleich. Haben wir's gleich? Ja, wir haben's gleich. Wir machen das noch schnell fertig. Dressor-Chaste. Wir haben's gleich, Leute. So. Warnhaus. Machen wir noch eins. Machen wir noch ein Sicherheitswarnhaus. Warte mal, das braucht drei Iron Bars. Drei Iron Bars. Ah, das ist nicht gut. Wait, das war ja noch ein Denkfehler. Wie viele Denkfehler schaffe ich eigentlich pro Minute? Was ist der Rekord an Denkfehlern, Leute? What's the Denkfehler record? Wunderbar. Okay, ich hab's geschafft. Ich weiß noch nicht, was, aber... Und was hab ich da geschafft? So, wunderbar. What's the record? The record of sinking and then miserably failing. So, also, wir haben jetzt hier Iron Bars. Gut, noch mehr Iron Bars. Ich mach ja gleich noch eine. Okay. So, Wut haben wir jetzt genug. Also, bam. 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 Boah, ich hab noch nicht genug Planks. Wait, ich kann hier drei gleichzeitig drauflegen? Leute, ich hab nicht genug Planks. Eine fehlt noch. So, jetzt haben wir hier eine Plank. Jetzt geht's los. Okay, Chaos beseitigt. Wir haben... Wir kennen keine Probleme. Nö, kennen wir nicht. Kennt ihr's? Ich kenn keine. Ey! Das ist doch jetzt ein Spielfehler. Ein Blickfee? Kahn! Mann, das ist doch scheiße. Ich kann halt nicht richtig zählen. Auf. Ah gut, jetzt hab ich eh verkackt. Verkackt ist verkackt. Alter, die Bäume. So, jetzt geht's los. Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Warnhaus. Warnhaus. Sehr gut hat er das gemacht. Up in the query. Leute, ich hab das sehr gut gemacht. Ich mach jetzt hier so viele Sachen. Ich mach jetzt hier so viele Sachen. Ich mach jetzt hier so viel Salat. Ich mach jetzt hier so eine richtige Salat-Explosion. Oh, der Wolf, der Wolf, der Wolf, der Wolf, der Wolf, der Wolf. Er kommt aber zu nem unlucky Timing. Erstmal essen. Oh, Humans are fett. Sell one card. Dog! Also, das Hunde-Geräusch ist schon krass, muss ich sagen. Kann ich das alles übereinander... Nee. So, jetzt machen wir richtig. Wir machen hier ne Salat-Super-Fabrik, Junge. Okay. Wir haben den Dog. Wir haben nur noch... Wir brauchen nur noch das hier. Wir haben gewonnen jetzt. Haben wir gewonnen? Are you winning, son? Wir haben gewonnen jetzt. Leute. So, wir müssen jetzt ein paar Trees... Ein paar Trees müssen wir jetzt machen. Okay. Wir machen jetzt nur noch den Tempel. Speedrun. Iron Bar und Stone. Forest brauchen wir auch nicht mehr. Aber ne Menge Apples brauchen wir. Kann der auch arbeiten? Can't be sold. Das find ich lustig. So, ich finde meine Apfeltaktik... Tempel! Start Rittel. Warum sagt einem das keiner? Genau. Hier Alle ruf. Mein Hund! Erst mal essen. Das war ein langer Kampf. Der hat den Hund getötet, Leute. Kill ihn. You killed the demon. Nice. You complete the main quest. We did it. Ich hab den aus dem Leben, MLG.